So, ich bin hier heute mit Darius im Wald. Der Darius fährt Mountainbike. Wir haben hier eine ganze Menge Fotos schon gemacht. Und zwar ist der Darius hier diesen kleinen Hügel hoch und dann immer über diese Wurzel hier gesprungen. Wir haben jetzt schon diverse Male gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da ein ganz gutes Bild im Kasten haben. Und wie der dumme Zufall das so will, sind hier gerade ein paar Mountainbiker vorbeigekommen. Und die haben den Darius mitgenommen. Sie wüssten noch ein paar andere Stellen. Da ich aber zu Fuß bin, sind die jetzt erstmal losgefahren und sondieren sozusagen die Lage, ob das wirklich eine gute Location ist, die andere. Das habe ich heute schon gelernt. Ich habe gelernt, dass man, wenn man auf so einem Untergrund wie diesem hier, so ein klassischer Waldboden, wo halt die Tannenzapfen rumliegen, nur so ein bisschen Nadelzeug ist und viel Sand und sonstigen Matsch sollte man tunlichst, wenn man die Kamera ablegt, eine kleine Unterlage haben. Sonst ist nämlich da direkt alles voll gesandet. Die zweite Sache ist, dass man am besten die Sonnenblende Richtung Tal legt und nicht Richtung Berg, weil sonst halt permanent irgendwie man den Sand aufnimmt. Mein 5001, mein Fotostativ ist hier mal mit dieser Modifikation zum Einsatz gekommen, wo ich halt mehrere Löcher reingebohrt habe und sozusagen einen gewissen Winkel anstellen kann. Und trotzdem steht die Stange von dem Stativ noch gerade. Und ja, es ist eigentlich noch ein bisschen hell. Ich hätte gerne jetzt aktuell halb acht. Eine Stunde später wäre besser gewesen, da dann die Umgebung irgendwie bedeutend dunkler geworden wäre. So, jetzt hoffe ich, dass Darius dann in absehbarer Zeit zurückkommt. Vielleicht mit einer neuen, besseren Location als die, die wir haben. Und dann schauen wir mal weiter. Also, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wird jetzt auch immer dunkler mit jeder Minute. Darius hat das Fahrrad etwas lädiert. An dieser Schalt 8 ist was kaputt, abgebrochen, locker. Wir wissen es nicht genau. Wir haben aber auch keine Zeit, das zu reparieren. Er ist jetzt ohne Schaltung gefahren. Bisschen Schmerz muss sein. So, und jetzt laufen wir hier gerade munter durch den Wald zurück.